Ja, also Fakt ist ja, und das weißt du, die Menschheit stammt von Außerirdischen. Achso? Wusste ich nicht. Ah. Kinocast. Willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Herzlich willkommen, Kate. Hallo, Erik. Herzlich willkommen, Chris. Moin. Und mein Name ist schon gefallen, ich bin der Erik, hallo auch von mir. Hallo, Erik. Ja, hallo, hallo. Also, wir haben natürlich wieder ein volles Programm für euch in der heutigen Sendung. Zum einen sprechen wir über die Sneak Preview von dem Film Lombok, was quasi Lombok 2 ist. Dann haben wir alle gemeinsam eine Heimkino-Blu-Ray gesehen, die wir auch verlosen werden. Also ihr könnt was gewinnen. Und es gibt ja natürlich auch noch dieses andere Gewinnspiel, das läuft ja auch noch mit Cure for Wellness. Da sage ich nachher nochmal, wie das geht. Und dann haben wir bestimmt noch ein paar andere Filme und mal gucken, was uns noch so einfällt. Wir beginnen erstmal mit dem Film Lombok. Wer Lombok kennt, der ja irgendwie vor 20 Jahren ins Kino kam und auf DVD doch ein ziemlicher Knaller geworden ist. Also hat sich auf DVD auch sehr gut sowohl verliehen damals und verkauft. Im Fernsehen läuft er auch ab und zu mal. Der kennt ungefähr, oder der kennt eigentlich fast alles, worum es jetzt hier in Lombok 2 auch geht. Das ist einfach eine deutsche Kifferkomödie, um es mal so zu nennen. In Lombok 1, nenne ich es ja mal der Einfachheit halber, damit wir es besser unterscheiden können, hatten die beiden Jungs, Moritz Bleibtreu und Lukas Grigorewitz, die hatten einen Pizza-Service und haben auf ihre Pizza in der Mitte ein bisschen Gras mitgeliefert an die Kunden. Und das war so das Geschäftsmodell. In ihrem Vorgarten hat einer, der vom Tourette-Syndrom geplagt ist, gehaust. Und die einzige Möglichkeit, wie er von seiner psychischen Erkrankung halbwegs, nein nicht geheilt, aber wie das gelindert wurde, war eben, wenn er Dope geraucht hat. Und dieser wurde gespielt von Wotan Wilke-Möhring, hat auch immer noch sein Tourette-Syndrom, ist natürlich auch 20 Jahre gehaltert, wie die anderen auch. Und es spielt auch noch der Technik mit aus der Mediamarkt, oder ist das, nee, Saturn, eins von den beiden aus der Werbung, alias, wie heißt der, irgendwas mit Mono Junior oder so? Ich weiß Saturn. Ja, okay. Saturn-Technik, ich glaube schon, ich weiß es nicht. Alexandra Nell spielt auch noch mit. Und die Geschichte handelt davon, dass Lukas Grigorowicz in Dubai mittlerweile lebt. Er hat dort eine Frau, die aus gutem Hause kommt, die viel Geld mitbringt. Und er kümmert sich dann dort, irgendwie so eine Bar zu eröffnen, quasi auf dem Dach eines Wolkenkratzers, so eine Art Kifferbar, aber eben kein echtes Dope, weil ja natürlich in den Emiraten das absolut verboten ist. Da mischen sich da irgendwelche anderen Sachen zusammen, die halt so ähnlich schmecken sollen, aber halt kein THC beinhalten. Und so vom Stil her, so Reggae-mäßig angehaucht, die Bar, darum soll er sich kümmern. Und es steht auch noch eine Hochzeit bevor, nämlich er hat ja diese Frau aus gutem Hause, die möchte er dann irgendwann mal oder demnächst mal heiraten. Ein einziges Problem ist, er braucht da noch eine Bestätigung von seinem Heimatstandesamt aus Würzburg. Und so muss er dann mal zurückfliegen in die alte Heimat und trifft in Würzburg seine ganzen Freunde wieder. Also Moritz Bleibtreu holt ihn dann auch gleich am Flughafen ab und die kiffen dann mal wieder relativ schnell, fallen dann in alte Verhaltensmuster wieder zurück. Das Problem ist nur, dass ihm seine, oder dass dem Lukas Grigorwitz seine Frau, demnächst Frau, ihm sagt, dass mit der Hochzeit wird auch so ein Drogentest gemacht, weil ja Drogen absolut verboten sind da unten. Und er muss halt mindestens jetzt noch ein paar Wochen warten, bis er dann clean ist. Und so muss er halt noch ein paar Wochen dort bleiben, trifft dort seine alte Jugendliebe wieder, Alexandra Neldl. Und es gibt dort auch noch ein anderes Thema, einen anderen Erzählstrang, nämlich Moritz Bleibtreu lebt mit einer Frau zusammen, die hat einen Sohn. Und dieser Sohn kommt so ein bisschen auf die schiefe Bahn, der dealt so ein bisschen als Fahrradkurier, fährt da irgendwelches Dope aus und eines, oder der Moritz Bleibtreu, ich muss überlegen, dass ich nicht zu viel erzähle, Moritz Bleibtreu will das ein bisschen unterbinden, dass der dann nicht irgendwie da in die schiefe Bahn gerät mit solchen größeren Dealereien und begibt sich so ein bisschen oder wärmt seine alten Kontakte wieder auf, damit er herausfindet, wer dahinter steckt, beziehungsweise muss er dann auch mal eine größere Menge Drogen wieder beschaffen, um da einen bestimmten Drogenhändler auszuzahlen. Und da sind sie auf der Suche nach so einer geheimen Plantage, die irgendwo stehen soll. Und wie man es schon hier raushört, das ist eine sehr verwirrende Geschichte. Zum einen ist es eine schöne, ja, zurück nach Hause Geschichte. Wir hatten ja letztens dieses komische Nirgendwo, was ja total scheiße war, dieser Film. Wo einer irgendwie aus Frankfurter Main irgendwie mal wieder nach Hause kommt in sein kleines Dorf. Hier war es schon wesentlich besser. Und ich glaube, Chris, wir hatten viel Spaß bei dem Film, oder? Also das ganze Kino eigentlich. Ja, wir hatten sehr, sehr viel Spaß im Kino, weil der Film einfach Gott sei Dank sich ja selbst überhaupt nicht ernst genommen hat. Also wie schon auch der erste Teil sich überhaupt nicht ernst genommen hat. Auch der zweite Teil sich wirklich nicht ernst genommen hat. Es ist sehr viel Situationskomik drin. Ich glaube auch, dass sie bei den Dreharbeiten richtig Spaß hatten, weil es einfach teilweise so abstrus ist. Und ich fand, Moritz bleibt treu überragend. Also ich habe es so herrlich, wie unglaublich, einen unglaublich leeren Blick, der man nicht mal haben kann. Und im nächsten Moment eine hochphilosophische Vollquatschkacke rauslabern kann. Ist unfassbar. Also ich fand, ich fand das unglaublich witzig, wie er, wie er das gespielt hat auch. Also wirklich überragend trifft es in meinen Augen schon, weil, ja, du musst halt irgendwo in der Rolle drinbleiben. Und er hat das so unglaublich verkörpert. Der hat diesen Typ so unglaublich gut dargestellt. Also ich habe ihm das echt abgekauft, dass es diesen Menschen in der Form wirklich auch gibt. Und klar, die Situation insgesamt mit, oh, hier, ich bin in Dubai und mache hier meine Geschäfte und bla bla bla, das, ja, okay, kann man machen. Aber, ja, ansonsten, das alles drumherum war einfach lustig, auch Wotan, Wilke Möhring, Möhring, hilf mir auf die Sprünge, Möhring. Ich nenne ihn nur noch, Wotan ist einfacher. Den fand ich gigantisch. Also, es gibt eine Szene, wo er da im Rollstuhl sitzt und einfach auch ins Leere startet. Also, es ist teilweise wirklich sehr viel ins Leere starren in diesem Film. Und die bereden ihn von beiden Seiten. Und in der Situation, ich glaube, die mussten das ein paar Mal drehen, weil 100 pro sind die ins Lachen ausgebrochen jedes Mal. Und wie gesagt, da so ernst zu bleiben und das so durchzuziehen, also richtig herrlich. Es war halt, ja, es war schon ein bisschen ab und zu mal auch ein Fäkalhumor drin, okay. Aber trotzdem auf einem angenehmen Niveau, fand ich noch. Also, es war jetzt nicht so völlig das Blödelgequatsche oder so völlig übertrieben. Einfach gut. Also, mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die besten Szenen, fand ich, waren, wenn wirklich nur Moritz Bleibtreu und Lukas Grigorowitz auf irgendeiner Couch saßen und irgendwelche Gespräche geführt haben über Gott und die Welt und so und so. Ja, und wer alles, wer dahinter steckt, hinter dem ganzen Zeug. Also, meistens hat ja Moritz Bleibtreu geredet. Ja, richtig. Ich sage ja, die ganzen Verschwörungstheorien, einfach der Wahnsinn. Also, auf solche Ideen auch wieder zu kommen, ist echt richtig gut. Da gab es ja im ersten Teil, war ja die Theorie, oder da hat er sich ja ständig drüber ausgelassen. Da hatten sie ja zwei Hauptthemen. Eines war mit, ach, wie heißt der Fußballer hier, du weißt, wen ich meine? Mehmet Scholl. Mehmet Scholl, genau. Irgendwie so nach dem Motto, ja, wenn du schwul wärst, mit wem würdest du machen? Der gemeinsame Ineinander war dann Mehmet Scholl. Mehmet Scholl. Und dann hatten sie noch das Thema mit Baywatch, dass ja Erika Eleniak deswegen nicht mehr weitermachen konnte bei Baywatch damals, als sie den Drehort von Los Angeles nach Hawaii verlegt haben und sie hatte irgendwelche Brustimplantate, mit denen sie nicht in dieser großen Höhe fliegen konnte oder so. Deswegen musste dann Pamela Anderson das machen, weil die schon irgendwelche neuen Implantate hatte oder so. Naja, so ähnliche Sachen gibt es hier wieder auch. Ich will die natürlich jetzt hier nicht verraten. Das wäre ja auch gemein, aber also großartig. Wirklich großartig. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, irgendwelche, total, also man wusste eigentlich zu keinem Moment, in welche Richtung jetzt, was jetzt als nächstes passiert irgendwie. Ich glaube, was einfach völlig unberechenbar war. Ich meine auch am Ende dann die Drogentestszene. Das war die beste überhaupt. Unfassbar. Also wie man das dann so wirklich dann auch noch umsetzt, aber auch mit, und ich meine, da wusste man allerdings, da muss ich mal bitte sprechen, da wusste man, was passieren wird. Ja, genau. Aber als es dann wirklich auch passiert ist, also. So komisch. Mich hatte jemand gefragt, als ich geschrieben habe, was für ein Film bei uns lief. Ich habe geschrieben, ich kann mich nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal im Kino Tränen gelacht habe und ich habe echt bei dieser Szene, habe ich mich kaum noch eingekriegt. Vor allem, man wusste genau, was passiert, aber die Art und Weise, ja, was da kommt. Ja, die Art und Weise, wie es dann passiert ist. Mir fällt das ja jetzt natürlich wieder ein, das sind ja Bilder, die gehen einem ja nicht mehr aus dem Kopf. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Aber du weißt ja, schön hier mit dem Oberarm pumpen. Genau. Und dann ablegen. Ja. Herrlich. Also, sehr, sehr schön. Scheide Kate, dass du dich mitlachen kannst. Relativ niveaulos, die Szene eigentlich, muss man ja auch dazu sagen. Aber halt, und das ist die große Stärke von dem Film eigentlich gewesen, dass es teilweise schon niveaulos war, aber trotzdem immer noch mit genügend Charme. Und deswegen, einfach, einfach großartig. Ja. Schade Kate, dass du nicht mitlachen kannst, aber er hat es halt mitkommen müssen ins Kino. Ja, äh, nein. Es ist nicht so mein Humor, ich fand den ersten schon nicht gut. Okay. Deswegen. Ja, naja. Selber schuld. Aber ich, ich glaube, ich habe dem Film neun Punkte gegeben, weil, wie gesagt, so, so gefeiert habe ich im Kino lange nicht. Aber ich gucke nochmal ganz kurz zur Facebook-Gruppe, ob das sich mit meiner Erinnerung hat. Ja, hast du. Ja, na dann, bin ich da der Einzige? Ich habe ihm sieben gegeben. Was haben die anderen so? Er war cool, er war witzig, aber er hatte, glaube ich, noch Luft nach oben. Deswegen habe ich ihm mal sieben gegeben. Ich gucke gerade mal. Muss er nicht übertreiben. Ach nee, es haben sogar noch vier andere, haben neun Punkte gegeben. Ja, drei Stück haben zehn gegeben. Boah, zehn? Und einer hat einen gegeben. Sieht man das hier, wer das war? Ja. Kann man gleich mal outen. Ja. Also, ich kann den Film durchaus empfehlen. Also, wer den ersten Teil, sage ich jetzt mal, gesehen hat, also für den ist das ein Muss. Es gibt sonst nichts Vergleichbares hier im deutschen Kino, so von der Art her. Gibt es vielleicht eher noch so im US-Kino so Cheech & Chong oder sowas. Oder, aber sonst unbedingt eine Sehempfehlung anschauen. Und danke auch. Auf jeden Fall. Als Metropol auf jeden Fall auch danke, weil ich habe auch hier die Facebook-Seite von Lombok geliked, schon vor einiger Zeit, als es rauskam, dass der Film entsteht. Und da kam jetzt irgendwie eine Nachricht, dass demnächst wohl irgendwie die Premiere ist von dem Film. Also, wir haben es schon lange vor der richtigen Premiere gesehen. Finde ich gut. Schönes Niek. Was mir übrigens auffällt, der Regisseur Christian Zybert, heißt der, der sieht auf allen seinen Fotos aus, ein bisschen wie Thorsten Legert. Kazzalla. Genau. Aber trotzdem, gute Filme macht. Uns war auch echt schön, dass sehr viele aus dem ersten Teil wieder mit dabei waren. Also wirklich ein bisschen in den Nebenrollen rein waren die alle mit dabei. Und das finde ich toll. Also es zeigt ja auch, dass den Schauspielern, die vor 20 Jahren, das muss ich mal überlegen, die vor 20 Jahren dort mitgespielt haben, dass denen das auch so viel Spaß gemacht hat oder dass sie das so geil fanden, dass sie jetzt nochmal mitmachen. Krass. Auf jeden Fall, ja. Aber ich muss noch ganz kurz loswerden. Alexandra Neldl ist alt geworden. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ja. Ich wollte, als die da mitspielt, habe ich gedacht, die gibt es noch? Ja, die gibt es noch. Ich kenne die ja noch zu Zeiten von guten Zeiten, schlechten Zeiten. Ja, und dann hier die Wanderhure. Und die Rache der Wanderhure. Hast du das geguckt? Nee, aber ich weiß, dass ich mitgespielt habe. Hast du mal auf 16 gewartet? Wenn man RTL-Werbung kommt, dann sieht man ja immer sowas. Eben. Das ist doch ein RTL-Film, oder? Ja, war das nicht Sat.1-Film-Film oder so? Der Film-Film der Woche. Kann auch hören. Naja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Alexandra Neldl. Neldl ist wirklich alt geworden. Entschuldigung. Trotzdem noch ein heißer Feger. Ich war auch alt. Trotzdem ein heißer Feger noch. Ich meine, sie ist jetzt 41, also sie darf auch älter werden. Ja. Naja. Ist aber nett von dir, dass du sie erlaubst. Ja. Verliebt in Berlin hat sie auch mitgespielt. Bin ich zu jedem so nett. Verliebt in Berlin hat sie auch mitgespielt. Ja, ja, genau. Da warst du doch die Hässliche. Ja, genau. Wo ist sie denn? Ach, ich erinnere mich. Mit Zahnspange und deine Verwandlung. Die hat auch in einem Film mitgespielt, der klingt wie... Nena hat den Titelsong gesungen. Liebe ist... Der klingt wie ein Titel von Loyo oder so. Die Schatzritter und das Geheimnis von Melusina. Und Sat.1 Fernsehfilm, oder? Ja, steht hier irgendwie als Film in der IMDb. Ach, bei Meng Mou Meng war sie auch dabei, stimmt, ja. Ah, die hat schon einen guten Filmgeschmack da gehabt. Also Auswahl, Filmrollen. Bis auf das mit der Wanderhuhr und so. Naja, Herr Sneakmaster, wie sieht es denn mit den Hinweisen aus für die morgige Sneak? Ja, wir haben ja ein bisschen warten müssen. Wir hatten ja zuerst noch keinen Tipp, weil es noch nicht feststand, welcher Film kommt. Wir haben erst seit drei Tagen, also den Tipp auch, und den gab es dann auch exklusiv bei uns in der Metropols-Sneak-Gruppe auf Facebook und bei mir auf Twitter. Ich habe aber niemanden meinen Twitter-Namen genannt, deswegen war ich schon gespannt, ob das überhaupt jemand mitgekriegt hat. Der ist aber verlinkt, glaube ich, in jedem Beitrag. Ja, großartig. Ist ja egal, auf jeden Fall. Wir haben tatsächlich, in der nächsten Sneak haben wir wieder mal zwei Filme, und zwar Sneak A ist der Tipp, das ist kein Problem, nennen wir es eine Herausforderung. Und für Sneak B ist der Tipp, es gibt immer eine Ausnahme. Tja. Und jetzt seid ihr dran. Oh, da sind ja jetzt noch richtig Tipps eingegangen hier. Ja, Kate, fängst du mal an? Ich fange mal mit der A-Sneak an. Also für A wurde getippt. Da wünscht sich immer die Guardians, aber das ist wohl ein bisschen früh. Ja, das ist wirklich ein bisschen früh. Dann hat der Erik was getippt. Aha, was hat der noch getippt hier? Dann gibt es noch United Kingdom. Alles unter Kontrolle und Ghost in a Shell wurde getippt. Verrückt. Da haben wir verrückte Tipps, sind wir dabei. Oh, Ghost in a Shell. Ghost in a Shell würde ich gerne sehen. Ja, das würde ich auch gerne sehen. Und dann wurde noch B-Sneak getippt. Oh Gott, da muss man mal hoch und runter scrollen. Sehr ruhig bei Willis mal. Der Martin hat noch, glaube ich, für A getippt. Da hat auch noch mal alles unter Kontrolle. Hat auch noch mal jemand getippt zu holen. Filmen im Flugzeug. Und Power Rangers. Das würde ich auch gerne sehen. Und Plan B. Scheiß auf Plan A. Das wäre mal ein guter Film für die B-Sneak. Aber den hat er für A getippt, Martin. Ja, aber der wäre mal gut für B. Einfach wegen dem Filmtitel her. Okay. Bei einer A- und B-Sneak. Nein? Ja. Ich habe noch zwei. Dann hast du noch was getippt. Ja gut, alles unter Kontrolle habe ich auch getippt. Haben die anderen von mir abgeschrieben? Passiert? Wahrscheinlich. Ich habe noch Free Fire getippt. Aber auch nur deswegen, weil der in etlichen anderen Sneaks gerade lief. Zum Beispiel bei den Kollegen von Leinwandpern. Den tippst du gerade jede Woche. Ja, echt? Ja. Letzte Woche wusste ich von dem Film noch gar nichts, oder? Habe ich den da auch schon getippt? Doch, du hast den letzte Woche schon getippt. Und ich glaube, die Woche davor hat den auch schon getippt. Irgendwann muss der mal kommen. Wenn der in allen Sneaks läuft, muss der bei uns auch irgendwann laufen. Oh, ich habe einen Tipp unterschlagen. Da steht noch einer, ganz klein. Und zwar Mean Dreams mit Bill Paxton. Oh. Einer seiner letzten Filme, oder was? Wahrscheinlich. Mean Dreams. Gleich mal gucken. 2016 gedreht. Wann läuft denn der bei uns an? Hier steht nur, dass er am 4. Januar in Frankreich angelaufen ist. Aber wann der jetzt bei uns anläuft? Release Date? Boah, ist IMDb gerade langsam. Der ist irgendwie bei allen schon mehr oder weniger durch hier. Komisch, sollte der erst noch nach Deutschland kommen? Naja. Na, lassen wir uns mal überraschen. Gucken, was da morgen so kommt. Wir haben ja noch ein paar andere Filme gesehen. Nämlich, ähm, ich habe noch im Kino eingeguckt, nämlich die Jones. Dann machen wir die, das Heimkino machen wir danach, ne? Okay. Ja, ich habe die Jones angeguckt. Ich glaube, die hatte auch irgendjemand in der Sneak. Irgendwo habe ich da so gehört, dass er so ganz nett sein soll und, ähm, habe dann irgendwie doch mal beschlossen, den mir anzuschauen, weil nichts Besseres kam. Und, äh, die Jones ist ein Film mit Jon Hamm, bekannt zum Beispiel aus Mad Men, aus der Serie, mit, äh, Zach Galifianakis und mit Gal Gadot, die ja demnächst Wonder Woman spielt. Rrrr. Darauf habe ich gewartet. Deswegen habe ich extra die Pause gemacht. Ähm, ich wusste das gar nicht, ähm, dass, dass die da mitspielt. Ich habe sie auch so nicht erkannt, weil die sieht doch, ja, irgendwie wie jedes Supermodel fast aus ungefähr, ne? Ich habe dann erst mal nachgeguckt. Da dachte ich, ach, die ist das, stimmt, ja, hm, kam mir irgendwie bekannt vor. Ähm, die Handlung ist, dass Zach Galifianakis und seine Frau Isla Fischer, die, die leben in so einer, weiß nicht, wie so Desperate Housewives da in irgendeinem, ja, weiß nicht, da irgendwie so Nachbarschaft, so irgendwo am Ende von der Straße, wo dieser Wendehammer ist, ne? Also, wo dann wirklich nichts mehr los ist, ja, kein Durchgangsverkehr, kein gar nichts und, ähm, die sind wirklich, die, die Kinder sind irgendwo in einem Feriencamp, die haben jetzt mal wieder Zeit für sich, äh, und, äh, da zieht dann ein neues Pärchen in Nachbarschaft ein und die sind nun gleich völlig anders, weil die, die, die Gal Gadot, ne? Die hat, trägt so Designer-Sachen und wirklich ganz tolle Kleider und ganz eng anliegen und die hat ja auch eine gute Figur und John Hamm auch mit Anzug und sonst was und, ja, die zeigen sich dann immer draußen und sind irgendwie so ziemlich perfekt. Also, die machen dann so eine, so eine Art Oktoberfest, aber im Juni, die nennen das auch irgendwie Jun-Tobau oder sowas und da treffen sich halt alle von der ganzen Nachbarschaft und dann lernen sie die halt auch mal ein bisschen kennen und irgendwie, na, ist irgendwie da was nicht so ganz richtig, das merken sie dann so peu à peu, ähm, also die beiden stellen sich auch mal bei denen zu Hause vor und da kommt dann so raus, dass sie, wie viel sie so in der Welt unterwegs waren und dass der John Hamm, dass er chinesisch kann und sonst was alles und die machen denen dann auch noch so ein Geschenk, so ein irrwitziges Teil, was dann so bei denen auf dem Wohnzimmertisch steht, was er angeblich selber aus dem Glas geblasen hat, weil er es bei irgendeinem ungarischen Glasbläser gelernt hat und alles irgendwie sehr komisch und die Vermutungen werden dann häufiger und größer, dass dann irgendwas seltsam ist und die nehmen dann an, dass die Nachbarn irgendwelche Agenten sind und irgendwas planen, ja, und beobachten die dann halt weiter und, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, kann ich das, soll ich das jetzt schon verraten, ob das so ist oder nicht, weiß gar nicht. Nein, nicht verraten. Eigentlich ist das relativ am Anfang vom Film eigentlich, naja, naja, ich sag mal nicht, ob es es wirklich sind oder ob es es nicht sind, aber dann kann ich auch nicht mehr viel weiter erzählen, weil, ähm, in dem Film, also mir, ich kann mich erinnern, dass die anderen, die Besprechung, die ich gehört hatte, die waren nicht so wohlwollend, ich fand den extrem lustig, also der, der Säckerle für Narkes, äh, der spielt es einfach so gut, wie der da so als, so ein bisschen trottelig, wie er halt immer so ist, ne, in seinen Rollen, wie er da so reinschlittert und dann in diese Agentengeschichte dann reingerät und, oder Nicht-Agentengeschichte und, äh, was dann alles so passiert mit irgendwelchen Sachen und ich, also es ist jetzt kein, kein riesen toller Film, ich habe jetzt nicht so sehr gelacht wie bei, wie bei Lombok oder so, aber ich fand ihn schon extrem unterhaltsam und auch wirklich nett gedreht und ein schönes Ende gehabt, ein sehr, sehr runter Film, wirklich schönes Frühlings-Popcorn-Kino. Wo man durchaus hier und da mal richtig schön lachen kann und wo auch Action drin ist, tolle Schauspieler drin sind, äh, teilweise auch ziemlich verrückte Darsteller und irgendwelche Rollen haben, ich kann ihn schon empfehlen, also so im Bereich Action, gebe ich mal 6,5 von 10. So, jetzt Max Steel, unser Heimkino, ähm, Test, Review, Check, ähm, keine Ahnung, äh, Kritik von, von der uns zugesandten Blu-Ray. Schießt mal los. Tolle Max. Ihr Superhelden-Experten. Äh, ja, schießt mal los. Ja, worum geht's? Ähm, eine, eine junge Mutter mit ihrem Sohn, der ist so 16 oder so, ähm, die entscheiden sich zurück in ihr Heimatdorf damals zu ziehen, in das alte Haus, wo sie gewohnt hat und, äh, kommen da halt wieder so zurück und alles ist, das ganze Haus ist noch so, als er wirklich hätte alles stehen und liegen gelassen und wäre gegangen, so sieht es da noch aus, nur halt Stau, kommen halt wieder zurück und er muss dort auf die Schule, der Junge heißt Max und, ähm, ziemlich schnell kommt raus, dass sein Vater dort, äh, in der Nähe von dem Haus, ähm, in so einer Fabrik gearbeitet hat und da gab's wohl einen Unfall und dabei ist er ums Leben gekommen und, aber das ist alles ein bisschen mysteriös, er weiß da auch noch nicht so viel drüber und, ähm, ja, kommt aber eigentlich mit so mit dem Leben ganz gut klar, bis dann plötzlich Dinge seltsam werden, also er spürt irgendwas in sich und, ähm, ja, es wurde einfach ein bisschen komisch, er fühlt sich verfolgt auch ein bisschen und es ist alles ein bisschen strange und, ähm, dann kommt so eine Art kleines fliegendes Ding auf ihn zu, was ganz süß ist. Der heißt nämlich, äh, der ist irgendwie, weiß nicht, ist das ein Alien? Jungs, wisst ihr das noch? Ja, das, ähm, das kommt doch da aus diesem Ding, sie da, was wir nicht verraten wollen wahrscheinlich, oder? Achso, ja, stimmt. Naja, auf jeden Fall, äh, falls, falls sich jemand diesen Film wirklich noch anguckt, stellt sich halt heraus, dass in ihm mehr steckt als nur ein 16-jähriger Teenager und dieses kleine fliegende Ding, ähm, hilft ihm dabei und er findet dann halt raus, was mit seinem Vater passiert ist und, ja, mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen, ohne zu viel zu verraten. Also, ich habe mir das, äh, auf Englisch angeguckt und da hat die, äh, die Stimme von diesem kleinen fliegenden Ding, was ja Steel heißt übrigens, deswegen Max Steel. Ja, das wollte ich ja nicht verraten. Achso. Es wäre ja klar, warum es der Film Max Steel heißt. Ja, weil, egal. Auf jeden Fall wird das gesprochen im Original von Josh Brainer, der spielt bei Silicon Valley mit, äh, der hat eine echt coole Rolle, der, der, der wird bei Silicon Valley nämlich, äh, mal so aus Versehen von einem großen Giganten, Internet-Giganten angeworben, nämlich Google, weil die was wollen von ihm, was er eigentlich gar nicht hat und dann, ähm, müssen sie ihn quasi irgendwie, beschäftigen sie ihn weiter für richtig viel Geld und er muss überhaupt nichts tun und, äh, echt cool. Ja, und wie fandet ihr es so, ihr Superhelden? Ihr seid doch da in diesen, das passt ja nun in keins der Universen, die wir bis jetzt so gesprochen haben, ne? Das ist ja dieses neue Mattel-Ding, wo sie da versuchen, ihre, für ihre Spielzeuge da irgendwie noch, äh, ein Franchise zu etablieren, ne? Ja. Ja. Sag was. Also ich fand's ganz nett eigentlich. Es war, es ist halt wirklich so, nicht jetzt dieses Marvel-Superhelden-Gedöns mit viel Tamtam und relativ cooler Story und, und vielen Super-Effekten. Also Effekte, klar, sind auch drin, ist sehr viel am PC erstellt, klar. Ähm, aber auch nicht so düster wie jetzt die DC-Sachen, sondern es ist, ich fand's so ein bisschen mehr so auf Richtung, ähm, Jugendliche, also, nicht Teenager, sondern noch die Stufe davor, also so 10 bis 14, hätte ich jetzt mal gesagt, sowas in die Richtung. Ähm, weil, ganz nette Story, äh, ohne, ohne jetzt, die Story nimmt relativ, ja, gemütlich Fahrt auf, ist auch relativ logisch aufgebaut, keine großen Kniffe drin, äh, natürlich Charaktere zum Verlieben, also der Max natürlich als, oh, er ist Jugendlich, er ist so toll und, oh, Teenie schwarm schlechthin und der Stil als, als Ergänzung dazu einfach ein lustiger Charakter, der auch nicht um einen dummen Spruch verlegen ist. Von dem her, ich fand's ganz cool, also, ja, wenn man's so betrachtet, könnte man sagen, oh, ist bestimmt irgendein billiger Abklatsch von irgendeinem Film, aber ist es nicht. Also, hat, hat relativ Spaß gemacht. Ich, ich, ich sehe ihn so bei, ja, sechseinhalb von, von zehn, weil es einfach okay war. Ich, ja, ich fand's ganz, ganz nett, wie, wie das so aufgebaut war, dass eben nicht so das Übliche, irgendjemand wird von der Spinne gebissen oder irgend sowas, ja. Das war halt, ist schon da halt quasi. Ja, ja, genau, oder irgendjemand, irgendjemand, denn Eltern werden massakriert und dann ist es was Persönliches und dann muss er irgendwie Kräfte entwickeln oder irgendwas, sondern, also wirklich, wie du gesagt hast, so für die Heranwachsenden, ja, damit, ja, die, die halt wahrscheinlich noch dieses Spielzeug kaufen, na, damit die irgendwie eine coole Bei-Geschichte haben zu dem Ganzen. Ansonsten fand ich stellenweise sehr, sehr langweilig. Da ist ja noch so eine Liebesgeschichte drin, die, boah, hat die genervt. Also mich zumindest. Und das Ende ist auch so, naja. Ach, übrigens Andy Garcia hat ja noch mitgespielt, da, da, ja, nee, kann ich jetzt nicht sagen, aber hat auf jeden Fall eine Rolle da drin und die Mutter hat gespielt, Maria Bello, die ich zum Beispiel kenne aus, ich glaube, bei Traumpaare-Duetts hat die mitgespielt und bei einigen anderen Filmen bestimmt auch. Na, ansonsten, ja, es war jetzt nicht so das, der Riesenkrache, wo man sagt, ja, muss man sehen. Oder? Ich fand den süß. Mir hat er gefallen. Ja. Ja. Ja, schön zusammengefasst. Ich habe mich in den Stil verliebt, der war süß. Ich will so einen kleinen Stil haben. Das ist das, was ich gemeint habe. Es ist halt ein cooler Charakter, der das Ganze ergänzt und der das auf jeden Fall auch aufpäppelt. Also, ich sage jetzt nicht, er trägt den Film, aber er päppelt das auf jeden Fall gut auf und von dem her, aber es ist halt auch was für die etwas ältere Generation, die dann mit den Sprüchen von Stil oder mit dem Verhalten auch was eher anfangen kann wie jetzt die Kids. Deswegen ist es eine gute Ergänzung. Ich schaue gerade mal. Der Regisseur, der hat auch noch so eine, hat zum Beispiel noch Schön bis in den Tod gemacht oder Whisper, die Stimme des Bösen. Und der hat auch bei einer TV-Serie, ich glaube, das ist so eine Internet-Serie, die heißt H+. Da hatte ich auch schon mal irgendwas davon gesehen. Ah, das ist das mit den Meerjungfrauen? Nee, das ist H2O. Ach, das ist H2O. Nee, H2O ist so eine Science-Fiction-Serie. Das H2O, das musste ich nämlich gucken, weil das hat der Tapida eine Weile sehr gut gefallen. Das lief bei uns öfters mal. Und da gab es auch noch so eine Spin-Off-Serie davon. Weiß ich aber jetzt nicht. War auch in diesem Meerjungfrauen-Universum. So, ich gucke gerade bei Box-Office. Also der Film hat 10 Millionen gekostet. Dafür sieht er eigentlich nach mehr aus, finde ich. Durch die Effekte. Aber er hat gerade mal weltweit 6 Millionen eingespielt. Also trotz seines geringen Budgets ist er trotzdem ein Flop geworden. Ich fand den nicht so schlecht. Es war halt noch nicht so, ich denke mal in dieser ganzen Schwämme, die jetzt kommt, so von Marvel und DC-Filmen. Wenn du da so einen Film ins Kino bringst, der wirklich noch kein nennenswertes Background irgendwie bietet für die Leute. Wie willst du die da überzeugen, jetzt nicht in den neuen Superman-Film zu gehen, stattdessen dir sowas anzuschauen? Schwierig. Aber, liebe Hörer, ihr könnt euch da selber ein Bild machen. Und zwar gibt es eine Blu-ray zu gewinnen von diesem Film. Also die, die wir jetzt rezensiert haben. Die ist quasi noch ganz frisch aus dem Player. Sie funktioniert, wir haben sie getestet. Die könnt ihr haben. Und dann könnt ihr euch euer eigenes Bild machen davon. Wer sie gewinnen möchte, schreibt einfach mal einen Kommentar. Schreibt mal rein, was euer liebster Superheld ist. Genau. Oder was die... Und wir entscheiden dann, ob wir das auch gut finden. Und das, was wir auch gut finden, das kommt in die engere Wahl. Das fühle ich gut. Das holt mich ab. Das ist mein Gewinnspiel, das mich abholt. Genau. So machen wir das. Also schreibt das als Kommentar da rein. Dann habt ihr die Chance, eine Max Steel Blu-ray zu gewinnen. Und wir machen mal weiter im Programm mit den Filmstarts der Woche und den Kinocharts. Kinocharts in Stuttgart sieht wie folgt aus. Platz 10, Hidden Figures, unerkannte Heldinnen. Platz 9 ist A Cure for Wellness. Platz 8 ist La La Land. Platz 7, John Wick 2. Platz 6, Lion, der lange Weg nach Hause. Platz 5 ist der Lego Batman Movie. Platz 4 ist Kong, Skull Island. Platz 3, Bibi und Tina. To-hu-ba-hu, To-hu-ba-hu. Nee, To-hu-ba-hu. To-hu-ba-hu. Wenn man da einmal einen Knoten in der Zunge hat, kriegt man es nicht mehr hin. Auf jeden Fall der Film halt. Platz 3, Fifty Shades of Grey immer noch auf 2. Und Platz 1, Logan, The Wolverine. Dass ihr den noch nicht geguckt habt, das wundert mich. Noch keine Zeit gehabt, aber das könnte nächste Woche folgen. Soll sehr gut sein. Also ich höre nur Gutes. Das würde mich fast dazu bewegen, auch mal als nicht unbedingt Superhelden-Fan da mal reinzugehen. Mal schauen. Wie sieht es denn aus mit den Kinostarts hier in Stuttgart? Es läuft jetzt am 16.03. Die Schöne und das Biest an. Die Realverfilmung mit Emma Watson. Die sich ja quasi für diesen Film entschieden hat, anstatt für La La Land, weil sie dachte, hier hat sie bessere Chancen auf den Oscar. Ja, falsch gedacht. Das hast du nicht gedacht. Doch. Sie hat gesagt, dass sie bessere Chance auf den Oscar hat. Ja. Das ist nett. Doch. Kannst du nachlesen. Okay. Da gibt es bei dem Eintrag, glaube ich, von La La Land in der IMDb steht es drin, dass Emma Watson sich dagegen entschieden hatte, weil sie lieber den machen wollte, weil sie dachte, das hat sie bessere Chancen auf den Oscar. So, die Häschenschule jagt nach dem goldenen Ei. Ein deutsches Animationsabenteuer nach dem gleichnamigen Kinderbuch um einen kleinkriminellen Hasen, der sich zum wackeren Osterhasen mausert. Und wie ich mitbekommen habe, anscheinend war das ein sehr bekanntes Kinderbuch. Auch, also zumindest meine Frau kennt das und irgendwie, ich kenne das nicht. Weiß nicht. Ich kenne das auch nicht. Kennt ihr das? Nee. Nee. Vielleicht, ja, weiß nicht. Genau. Der 100-Jährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand, ist natürlich der nach... Ist das nicht der 101-Jährige jetzt? Der 1-Jährige? Tatsächlich, tatsächlich. Der 101-Jährige ist ein Jahr älter geworden. Also Fortsetzung. Immer aufpassen. Mit 17 ist ein Coming-of-Age-Drama um zwei 17-jährige Jungs, die sich nicht leiden können, aber unter ein Dach gezwungen werden. Ihre Anfeuerendungen werden zur Zuneigung. Zwischen den Jahren ist ein Drama um einen Mann, dessen schmerzhafter Weg der Reue und des Neuanfangs länger sind als seine Gefängnisstrafe. Draußen wartet außerdem ein Rachsüchtiger. Dann ein Film, ich lese jetzt auch mal einen Dokumentarfilm vor, der startet hier auch in ein, zwei Kinos. Die Letzten Männer von Aleppo, der war, glaube ich, mitnominiert für den besten Dokumentarfilm, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Läuft auch in manchen Kinos. Dann ebenso die Rote Schildkröte, Animations- und Zeichentrickfilm. Der war auch irgendwie nominiert für den besten Animationsfilm, glaube ich. Was ist das? Noch ein Animationsfilm. William und das Peter-Männchen. Ach, sind jetzt hier irgendwie Animationsfilm-Tage in Stuttgart, weil die ganzen Sachen anlaufen? Ich weiß nicht, dass ich wüsste. Die waren doch auch irgendwie demnächst, ne? Okay. So, das läuft alles nicht an, das läuft nicht an. Ach hier noch, Mean Dreams, der vorhin getippte Film. Damit beantwortet sich die Frage, wann der anläuft. Ein Coming-of-Age-Drama trifft ein Teenager-Paar, kommt durch Zufall an Geld und versucht damit im Gefängnis der häuslichen Gewalt zu entkommen. Okay. Läuft also auch am 16.3. an. Wäre dann also relativ kurz vorher in der Sneak, falls der kommt, was eigentlich eher untypisch ist. Jo, ähm, was haben wir noch? Habt ihr irgendwelche Serien oder im Game-Bereich? Habt ihr auch eine Switch mittlerweile oder so? Nee, ne? Nein. Nix. Nee, also ich weiß, wie gesagt, ich kann mir auch aktuell nicht vorstellen, eine Switch mir an zuzulegen. So verlockend Zelda ist, ähm, nee. Ich hab mir Zelda extra noch nicht geholt, damit ich nicht die ganze Zeit vor dem Ding hänge. Süß dir mal. Ich hab erstmal nur das One-Two-Switch. Ist für die Kinder super. Also One-Two-Switch kann ich echt empfehlen. So, einwandfrei. Dann kommen wir mal zu der beliebten Rubrik Kates Film-Rätsel. Kates Film-Rätsel. Erstmal noch die Auflösung. Ich liebe diesen Tusch. Auflösung von letzter Woche. Ja, äh, es wurde von zwei wieder richtig erraten. Äh, Tourist mit den, mit Brangelina. Waren doch die beiden, oder? Wobei sind die, darf man die noch Brangelina nennen? War das nicht Johnny Depp? War das Johnny Depp? Ich weiß es nicht. Ist das auf jeden Fall The Tourist? Ich hab nochmal komplett richtig. Ich hab den Film nicht gesehen. Ich hab ihn gesehen, aber war langweilig. Ich kenn den. Hab ich also nichts verpasst, ja? Ja, also, Venedig halt. Wer Venedig mag, kann's ja mal angucken, aber. Okay. Nee, äh, nö. Wir müssen auch mal sagen, die einzige Instanz für die Auflösung des Rätsels ist die Kate. Ich sag, ob es richtig ist. Niemand sonst. Ihr könnt das ja alle gar nicht wissen, ob das richtig ist. Nicht mal ich weiß es. Was die Kate hier aussucht. Nein, das ist nicht da. Ja. Gut. Aber ich hab mich natürlich wieder schlau gemacht. Und hab heute einen Film wieder rausgesucht. Der jetzt am Wochenende lief. Bitte genau zuhören. Eine Stadt gehört dem organisierten Verbrechen. Im originellen, wollte ich gerade sagen. Nochmal vorne. Eine Stadt gehört dem organisierten Verbrechen. Drogen, Gewalt und Korruption sind überall. Ein Massaker in einem Diner führt drei sehr unterschiedliche Polizisten zueinander. Gemeinsam tauchen sie in ein dichtes Geflecht aus Intrigen, das bis in die höchsten Kreise reicht. Ich hab's extra ganz dramatisch vorgelesen. Ich weiß nicht, solche Geschichten gibt's ja auch zuhauf da. Das wird schwierig diesmal. Ja, deswegen hab ich's extra gewählt. Das wird schwierig. Ich bin gespannt, wer's errät in den Kommentaren. Schreibt das einfach rein. Und wenn ihr neben dem Filmrätsel auch noch was gewinnen wollt, schreibt noch mit Max Steel hier, ne? Ihr habt's gehört. Irgendwie Superhelden und so rein. Dann könnt ihr gleich alles in einem Aufwasch machen, euren Kommentar. So, dann hab ich jetzt mal die Auswertung von dem Tippspiel gemacht. Jetzt muss ich sie nur noch finden. Ich hab hier irgendwie die Excel-Tabelle. So, einen Moment. Hätte ich auch schon mal aufmachen können. Ich bin ja hier vorbereitet. Darf ich jetzt mal mal nebenher machen, ne? So, da kann ich mich nebenbei noch bedanken bei allen, die mir so gratuliert haben. Waren ja auch viele Hörer dabei, die mir da zum Geburtstag gratuliert haben. Vielen Dank dafür. Du erwartest jetzt nicht, dass wir noch ein Ständchen singen, oder? Um Gottes Willen. Das wollte ich damit nicht triggern hier. Oscar 2000. Jetzt hab ich's gefunden. Ha, ich hab's. Okay. Der Gewinner. Ne, ich fang erst mal. Wo fang man an? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich fang mal die Top Ten. Sind's zehn? Mal kurz gucken. Eins, zwei, drei, vier. Super vorbereitet. Ja. Unglaublich. Wahnsinn. Da haben wir ganz in Berechnungen gemacht. Das ist nicht einfach da so. Das stimmt. Wir fangen mal die, machen mal die Top Ten. Mit den richtigsten, also wer die meisten richtig hatte. Auf Platz zehn ist der Christian aus München. Ich nenn mal keine Nachnamen mit vor. Viele haben ja Nachnamen mit hingeschrieben. Dann Platz neun ist der Robi Wan aus, ich nehm mal an, das heißt Berlin, hat aber nur Berin geschrieben. Auf Platz acht Stefan M-Punkt aus Münster. Die Jenny aus Dresden ist auf sieben. Die Brigitte aus Bad Schwartau. Kommt da eigentlich die Marmelade her? Auf Platz sechs? Wirklich? Platz fünf ist die Anja aus Rostock. Platz vier Samir aus Deutschland. Ich nenne keine Stand. Platz drei ist der Jürgen aus Vilshofen. Platz zwei ist die Julia aus Deutschland. Platz eins ist der Hein-Dieter aus Bassum. Mit wie vielen richtigen? Bitte? Mit 18 richtigen. Mit wie vielen richtigen? 18. Wow. Und das andere mit den Zahlen war jetzt ein bisschen Quatsch, weil Platz zwei, drei und vier, die haben alle dieselbe Punktzahl, die hatten 17. Also das ist eigentlich Platz zwei. Und dann ab Platz fünf, die hatten auch alle 16 Punkte. Also das ist dann eigentlich Platz drei, die teilen sich dann. Wäre aber jetzt nicht so spannend gewesen, oder? Stimmt. Genau. Jetzt mal so die interne Rangliste. Kate, du bist, ich glaube von allen, die mitgemacht haben, irgendwie auf Platz 56 mit fünf richtigen. Ich glaube, ich habe das Einzige, was ich weiß, was auf jeden Fall richtig war, war Fantastische Tierwesen. Das kann ich sofort prüfen. Ja, das hast du richtig. Ja, siehst du. Ja, du hast hier konsequent falsch getoppt. Ich war fruchtbar schlecht. Ja, ich habe halt kein Tipp, was ich nicht geben würde. Bestler Original Song, City of Stars und La La Land Score und Animated Short Pearl hast du auch richtig und so. Sie wollen halt alle anderen auf die falsche Fährte locken. Ja, ja, ich sage ja schon immer, die Academy entscheidet einfach falsch. Die sollten so entscheiden wie ich, dann wäre alles richtig. Ich fand es diesmal relativ eine faire Mischung. Es war jetzt nicht so ein Film, der nun alles abgesahnt hat, sondern eine schöne Mischung. Das Laien keinen gekriegt hat, das geht mir nicht weg. Ich habe übrigens neun richtige. Und der Willems und so. Ich habe jetzt mal noch ein paar rausgesucht, die ja häufiger mal kommentieren. Ach, Entschuldigung, hier ist noch einer, der häufig kommentiert. Und der Leuchti hat auch neun. Der Dobby, Größe Dobby, hat auch neun. Der Willems, schöne Größe, zwölf. Und der Martin aus Halle hat auch zwölf richtige hier bei uns. Mal gucken, ob ich hier in der Liste noch irgendjemand sehe, der häufiger mal irgendwie einen Kommentar da lässt. Nee. Ach doch hier, der Martin zur Wete, der hat ja schon ein paar Mal kommentiert, der hat acht. Schlecht. Was haben wir noch? Die Steff. Ah, die Steff. Hallo Steff. Sieben. Ja. Ansonsten, ich werde die Liste mal, also nur mit den verkürzten Namen oder so und die Punkte werde ich mal veröffentlichen. Und der Hein Dieter, der den ersten Platz gemacht hat, wirklich mit Abstand hier als einziger, der wird von Minimel bekommen. Der gewinnt ein Überraschungspaket hier vom Kinocast. Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Und wenn ihr eine Max Steel DVD, Blu-Ray gewinnen wollt, schreibt einen Kommentar. Ebenso könnt ihr immer noch mitmachen bei dem Gewinnspiel zu den wirklich guten Psychiatrie-Pantoffeln zu A Cure for Wellness. Die liegen alle noch hier. Und Poster dazu. Müsst ihr mal bei der vorhergehenden Folge dieses Google-Dokument ausfüllen. Ist, glaube ich, ganz einfach. Also auf welcher Burg in der Nähe von Stuttgart wurde es gedreht. Ja, da sind solche Sachen wie Burg Schreckenstein und Osterburg und sowas. Und wer da ein bisschen recherchiert, ja, und natürlich die Burg Hohenzollern, wer ein bisschen recherchiert, kommt schnell auf die richtige Lösung. Habt ihr noch was? Nö. Nö. Dann gucke ich mal bei... Nö, nö. Gucke ich mal bei Amazon. Achso, ja. Wir haben doch bestimmt noch Kommentare. Ja, ja, guter Hinweis. Kommentare. Ja, da war natürlich die Lösung auf Kates Filmrätsel, was sehr beliebt ist hier. Kriegt mehr Kommentare als die eigentliche Folge. Die Steff hat Logan letzte Woche gesehen und rügt etwas den Thomas, weil er irgendwas gespoilert hat. Deswegen habe ich versucht... Ja, der hat was verraten. ...versuchte ich, den Thomas seinen Kommentar gar nicht richtig zu lesen. Ähm, also ihr hat's ganz gut gefallen. Vor allem auch Robert Patrick und... Dann hat die Steff auch noch Free Fire gesehen. Ah, lief dort auch in der Sneak. Sie hatte den Trailer bereits gesehen, war mäßig begeistert. Als der Film startete, sie dachte, es wird ein sinnloses Rumgeballer. Das Setting ist in den 70er Jahren, was man gut an Frisuren und Klamotten erkennt. Zwei Gangs treffen sich in einem Lagerhaus, um einen Waffendeal abzuwickeln. Leider läuft nicht alles wie geplant. Und im Prinzip schießen zwölf Leute lang, 90 Minuten lang sich gegenseitig irgendwie ab. Oder beballern sich gegenseitig. Und zum Schluss konnte sie gar nicht mehr erkennen, wer wer ist. Klingt nach einem relativen Low-Budget-Film irgendwie, wenn ich das so höre. Aber sie denkt, dass mir der Film gut gefallen könnte. Deswegen, vielleicht kommt der ja morgen. Mal gucken. Und A Cure for Wellness hat sie auch noch in die Info bekommen, dass der auch in Oberhof und Zellamelis gedreht wurde. Das stimmt. Die haben ja in einigen Städten gedreht. Und der Martin, der auch mit war bei dem Set-Visit, der hatte mir noch ein paar Fotos geschickt. Weil der war in der Nähe von seiner Heimat. War der in irgendeinem Schwimmbad, glaube ich, oder sowas. Hat er auch noch mal Fotos geschickt. Die wollte ich eigentlich auch noch mal posten. Habe ich irgendwie vergessen. Fällt mir gerade ein. Hat man sonst noch einen Kommentar? Ich glaube nicht. Nö. Okay, dann gucke ich mal bei Amazon rein, was ihr so bestellt habt über unsere Affiliate-Links in den letzten sieben Tagen vom letzten Aufnahmetermin. Was ist das? Ein, hä? Das muss ich mal anklicken. Ah, eine Skinny. Skinny-Jeans. Okay. Ein Ärmelhalter. Wofür braucht man eigentlich Ärmelhalter? Wahrscheinlich zum Bügeln. Ärmelhalter. Das sieht eher so aus wie Strumpfhalter, aber für die Ärmel. Ja, dass die dann auf dem Bügelbrett gerade liegen. Na, warte mal. Hier hat jemand was geschrieben. Bei den Kommentaren, wegen Temperaturmissempfindlichkeit muss ich an einem Arm ein Ärmel tragen und der rutscht ständig. Hä? Okay. Irgendwie um den Ärmel zu fixieren, dass der nicht hochrutscht. Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wie so Strapse für oben. Ja, eben. Ja, genau. Dr. Strange, eine Blu-ray hat sich jemand bestellt. Vielen Dank. Und fünf Stück Klinkenstecker 3,5 Millimeter zum selber löten. Aha. Okay. Und das war's diese Woche. Vielen Dank an alle, die sich jetzt hier wiedergefunden haben. Die, die sich nicht wiedergefunden haben. Vielleicht habt ihr irgendwo Marketplace oder irgendwas bestellt. Ansonsten vielen Dank an alle, die das so nutzen. Und wenn ihr nichts weiter habt, dann freue ich mich auf die Sneak morgen. Mal gucken, in welche wir gehen. Ob in A oder B. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Vielen Dank, Kate. Vielen Dank, Chris. Tschüss. Ciao. Mach's gut. Ciao. Und jetzt kommt der Trailer zum Film. Kennt ihr noch Kai und Stefan? Sie treffen sich nach Jahren wieder. Stefan hat's in Dubai weit gebracht. Tolles Auto, tolle Klamotten, tolle Frau. Und heiratet bald. Ich heirate bald. Kai dagegen eher der große Philosoph. Verstehst du die Richtung, die ich in der Diskussion hier einschlage, Stefan? Nicht richtig. Manchmal ein bisschen verpeilt. Was? Ein Laden, der nicht geht. Geht ihr Laden? Nee. Alles so weit. Gespanntes Verhältnis mit dem Stiefsohn. Das ist ein bisschen Ruhe und alles ist gechillt. Und seine Beziehung ist am Bröckeln. Das geht alles so nicht mehr. Aber das weiß er. Ich weiß. Zum Glück haben sie ja diese eine gemeinsame Leidenschaft. Ja, wir machen auch nicht mehr lange. Hab ich ganz vergessen, dir zu erzählen, ne? Ja. Ich kiff ja nicht mehr. Oh. Und man kann ja auch ohne Druck und Spaß haben. Ne? Also eigentlich alles total cool. Bis hier ist ein bisschen übertreiben und so ein Typ in Uniform vor Ihnen steht. Guten Tag, Bundespolizei. Machen Sie mal bitte auf. Das Ganze wird sowieso wegen Krankfügigkeit eingestellt. Das kriegt da unten keiner mit. Es gibt hier ganz viele Experts. Sie müssen alle drei Monate Urintests abgeben. Bitte? Ich muss um 8 Uhr auf dem Standesamt sein. Kannst du doch. Stefan? Jenny, hi. Gibt's ein Problem? Ich sehe, dass ein Polizist zunächst als Bullenfotze, dann Rosettenkönig und Kaviernutte beschimpft hat und dann versucht er ihn zu beißen. Frank beiß nicht. Hey, fragen wir mal. Was ist denn los? Die Typen haben es mitgenommen. Die Typen haben es mitgenommen. Die Typen haben es mitgenommen. Da! 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 Jenny! Sicherheitsleute, komm. Lauf in die eine Richtung hinten raus. Fuck! Hans Maul, Scheißwotze! Du darfst nicht! Lukas Grigorowitsch und Moritz Bleibtreu. Alexandra Neldl. Also wenn du jetzt sagst, du um Fickgut, dann hast du das ganze Bier im Gesicht. Wotan Wilke Möhring und Juan Mono Junior. Ja, du hast Nerven ungefickter Wahl! Sag mal, ist das haschisch? Und Elmar Wepper. Ja. In Lombok. Sag mal. Sieht doch top aus. Was willst du denn? Super. Demnächst im Kino. Hallo? Ja, hallo. Hörst du uns nicht, oder? Doch, jetzt schon. Ihr wart nur so ruhig. Wir werden halt einfach mal nichts gesagt. Man muss ja nicht dauerhaft reden hier. Oh, Entschuldigung. Dann habe ich das System Podcast falsch verstanden. Man muss auch mal einen Moment unbehagliches Schweigen einfach mal. Das ist okay. Chris, machst du dir gerade einen Energy Drink auf? Ich habe mir gerade einen Organic aufgemacht, ja. Ein Bier. Ja, hallo. Ja, hallo. Ha, hallo. Ha, hallo. Das wäre... Faxe. Faxe, oder? Nur ein Bier. Ha, hallo. Alles klar. Wollen wir loslegen? Ha. Worum geht's denn heute? Damals wie auch heute... Chris, bei dir ist irgendwas komisches in der Spur. Ja, das habe ich auch gerade festgestellt. Ich versuche das gerade abzuschleißen. Moment, ich mute mal. Klingt, als würde er irgendein Funkgerät irgendwo reinschlagen. Ja, ich mute mal kurz. Moment. Jetzt ist es weg. Erzähl weiter. Ja, wo war ich? Wotan Wilke Möhring. Wotan Wilke Möhring ist diesmal auch wieder... Wotan Wilke Möhring. Der Typ im Garten. Ja, Wotan Wilke Möhring, genau. Also, jetzt lass mich mal anfangen. Ich glaube, wir hatten extrem viel Spaß. Also, es war einfach... Warte mal kurz. Du hast dieses Geräusch wieder drin. Echt? Ja, das liegt über dir drüber. Ein über mir drüber Geräusch. Jetzt ist es weg. Als ob du den Fax kriegst. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Ist ja hervorragend. Fang bitte nochmal an. Okay, ähm... Äh, die letzte Woche war, wie schon erraten wurde, Tourist. Vollkommen richtig. Was ist jetzt los? Hier raschelt... Ja, der Chris bringt hier irgendwie so ein... Irgendwas raschelt, egal. Ich mach gar nichts. Doch, bei dir... Mach mal Muten wieder. Jetzt bin ich's. Naja, ich mach mal weiter. Klammer zu an und dann den Rest editieren. Kneipe ich jetzt mal die Augen zu, dass ich's nicht lese. Also quasi Magic Moment. Ja, genau. Ab da ab und editieren. 404 Error. So, also ab der Klammer löschen, ja. Also alles, was in der Klammer steht, sagst du. Nein, nach der Klammer. Der erste Satz fängt an mit Magic Moment. Logens Tochter sehe ich hier. Ja, das darfst du nicht lesen. Das ist das Sensationelle. Läuft die Aufnahme noch? Das ist ja sensationell. Als dieses ... der Klammer preparation ist ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017